Das riecht hier so, so gut drinnen. Ja, riecht so das auch. Das riecht so gut. Vitamine, schau mal, wie wieder da ist. Komm schnell runter. Hey, Freunde. Ihr seid auch wieder alle am Start. Das freut mich richtig, richtig sehr, dass genau du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video. Oh yeah. Und ich und Vitamine waren hier gerade ein bisschen im Blumenladen drin. Und das riecht hier so, so gut drin. Oder, Vitamine? Ja, das riecht so gut. Ich möchte gerne mal zum Geburtstag von dir so eine Blume haben. Soll ich dir eine Blume kaufen? Das mache ich für meinen besten Freund natürlich. Ja, gerne. Aber, Freunde, du kannst dem Video jetzt schon mal gerne einen Like geben, meinen Kanal kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, um auch ein Teil der Sendex Army zu sein. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn auch du ein Teil von diesem Team wirst. Und dann würde ich sagen, Vitamine, sollen wir heute mal so ein bisschen in die Stadt gehen? Ja, Senti, los in die Stadt, hey. Und, Freunde, ich habe gehört, hast du das auch gehört, Vitamine, dass hier bald ein Schwimmbad gebaut wird, also ein Freibad, ein Spielzeugladen und ein Klamottenladen. Wow, so viel gleich wieder? Ja, stimmt, dann können wir endlich schwimmen gehen im Sommer. Ja, schwimmen, das haben sich auch ganz, ganz viele Freunde von uns gewöhnt. Die haben gesagt, Senti, Vitamine, könnt ihr bitte mal schwimmen gehen und das machen wir bald versprochen. Und, Vitamine, du musst mir aber auch schwimmen beibringen, okay? Ich kann das noch nicht. Ja, natürlich kann ich gerne machen. Das ist richtig lieb von dir, Vitamine. Du bist der Allerbeste, Dankeschön. Du bist auch der Allerbeste. Ja, und, Vitamine, hast du vielleicht paar Diamanten, damit wir bei McDonalds essen können? Ähm, ja, ich habe noch ein paar mit, so habe ich Glück zu graben. Ja, dann komm schnell in den McDonalds. Hallo, Herr McDonalds-Mitarbeiter. Hallo. Ich möchte einen Fisch-Mack. Und du, Vitamine? Ich finde den Burger hier richtig, richtig lecker, aber ich möchte auch noch so einen Fisch-Mack probieren, aber den habe ich noch nie probiert. Ja, ich auch nicht. Ich will nicht immer das Gleiche kaufen. Ein bisschen Abwechslung muss immer sein. Stimmt. Und möchtest du auch eine Milch dabei? Ja, und eine Milch noch dazu. Ein Fisch-Mack und eine Milch. Das wäre richtig lieb. Ich warte da draußen, Vitamine. Ja, ich komme. Ich komme sofort, Senti. Hey, Vitamine, Dankeschön. Kein Problem. Aber jetzt esse ich den erst mal. Und warte. Njam, 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 njam. Njam, njam, njam. Guten Appetit erst mal. Ja, danke. Und auch. Bitte schön. Njam, 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 njam. Oh, der schmeckt richtig, richtig lecker, der Fisch-Mack. Ich glaube, ich bestelle mir den jetzt öfters. Ja, Senti, ich habe den auch jetzt so zum ersten Mal gegessen. Aber ich muss sagen, der schmeckt mir richtig, richtig gut. Ich bin jetzt ein bisschen satt geworden, Vitamine. Sollen Sie was zusammen spielen? Stimmt, das wäre eine richtig klasse Idee. Ja, spielen, spielen. Ich liebe spielen. Ich auch. Mit was spielst du eigentlich am liebsten? Mit Spielzeugen? Oder mit so Bällen? Oder mit was spielst du eigentlich am liebsten, Senti? Ich spiele mit allem am liebsten. Also ich finde Bauklötze ganz cool. Und Fußballspielen tue ich auch gern. Und so mit Puppen und Teddybären. Das ist richtig cool. Stimmt. Ja, das macht so, so viel Spaß. Was? Schnell, Vitamine. Aber wollen wir davor vielleicht mal zu Bella, Ballou und Bello gehen? Ja, wir müssen gucken, ob es dir noch gut geht, ne? Ja, stimmt. Komm und... Oh, nein, wer ist das? Das ist damit... Aua, Vitamine, Rennse. Der ist böse. Oh nein, oh nein. Vitamine, du musst kommen. Schnell, schnell, schnell. Senti. Ich mache die Tür zu, ich mache die Tür zu. Oh Gott, was war das? Was ist das denn? Guck mal, Senti. Oh nein. Der ist böse. Senti, guck mal die roten Augen an. Oh nein, das ist aber Dame Tukosita und ich dachte, Dame Tukosita wäre aber lieb. Ich dachte, das ist auch... Oh Mann, warum muss der uns immer angreifen? Stimmt, der hat mir Aua gemacht, Vitamine. Und ihr auch? Ja, das tut richtig weh, Senti. Hey, du böser Dame Tukosita, geh weg. Wir haben dir nichts getan. Oh Mann, oh. Eigentlich muss man doch immer böse Wichte besiegen, Senti. Ja, stimmt. Der war böse zu uns und jetzt müssen wir auch den besiegen, ne? Weil sonst greift der uns an und der ist ja ganz gefährlich, der Dame Tukosita. Ja. Du kannst hier ein paar Sachen rausnehmen von mir. Oh, wie cool. Ich nehme so ein Assassino und Rüstung raus. Ich bin ein König. Guck mal, Senti. Du bist ein König, Vitamine. Oh, wie süß. Ich bin ein Assassino. Ich bin ein Assassino. Oh, das sieht doch richtig putzig aus. Hallo, Freunde. Oh, wie süß ist das, Vitamine? Ich bin ein Kommissar. Man sieht deine Augen gar nicht mal. Deine aber auch kaum. Freunde, schreibt mal in die Kommentare, wie findet ihr uns? Ich finde, wir sehen so süß aus und so niedlich, Vitamine. Und Waffen habe ich hier, glaube ich. Und genau, ich schaue mal hier. Leute, Senti, pass auf. Wo, 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 Vitamine? Und da ist da mit Tukosita, warte. Oh nein, schnell eine Tür zu machen und wir müssen aber immer zusammenhalten, Vitamine, okay? Ja, wir sind beste Freunde, wir halten immer zusammen. Ja, Freunde, du musst uns auch helfen. Wir schaffen das nicht alleine. Wir sind zu dritt das beste Team, okay? Genau. Ja. Aber, Senti, ich gehe hier lang und du kannst ja da lang gehen. Dann können wir den umzingeln. Genau, dann, aua, umzingeln wir den. Und der greift Bella an. Nein. Hey, du böse. Lass Bella in Ruhe. Hey, du böse. Darmut du Tukosita. Nimm Bella weg. Oh nein, ich habe Bella angegriffen. Bella, du musst sitzen bleiben. Lass uns das machen. Böse, böse, damit du Tukosita. Hey. Ah, damit du Tukosita. Aua, der macht auch so gut viel Schaden. Ja, Senti, das richtig sagt, ich bin fast tot. Oh, warte, ich helfe dir. Warte, komm her, lass meinen besten Freund Vitamine in Ruhe, du böser Dame Tukosita. Ja, du böser, böser Dame Tukosita. Ja, das ist richtig unfair. Wir haben dir noch nichts getan. Wir sind so lieb. Und wieso greift der uns an? Denkst du, das ist der Echte? Oder denkst du vielleicht, das ist so ein böser Bruder von dem? Stimmt, das kann auch sein. Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich ein Bruder oder sowas. Hey. Ja, ich glaube, das ist ein böser Dame Tukosita. Vitamin, ich habe drei Herzen. Ich auch, helf mir. Warte, wir schaffen das zusammen, Vitamine. Wir müssen zusammenhalten. Aua, halbes Herz. Oh nein. Oh nein. Senti, pass auf, du böser, böser. Lass meinen besten Freundin Sandy in Ruhe. Ja, warte. Lass uns ein bisschen nach hinten gehen, Vitamine. Wir müssen aufpassen. Warte. Ich komme zu dir. Warte, warte, warte. Senti, komm zu mir. Komm in meine arme Vitamine. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Das ist eine richtig gute Idee, Vitamine von dir. Ey, bleib stehen. Aber ihr haut ab. Nein. Senti, ihr geht zu Bella, Balou. Ihr will Bella und Balou töten. Nein. Lass Bella und Balou in Ruhe, du böser, damit du gesieterst. Genau. Die haben dir nichts getan. Die sind so süß, die Hundis. Oh, Senti, was haben wir ihnen denn eigentlich getan? Vitamine. Aua, 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 aua. Ihr seid voll wehgetan. Ihr bist so geschlagen von. Oh nein. Das hat mir Aua gemacht. Oh nein, ich bin auch durchtot, Senti. Du musst mir helfen. Lass Vitamine in Ruhe, du böser, damit du gesieterst. Das ist mein bester Freund. Hey, das ist gemein von dir. Du bist böse. Du bist kein Lieber, damit du gesieterst. Ja, genau. Wir müssen die ganze Stadt beschützen von dem. Aber der hat so viel Leben, Vitamine. Wir haben keine Chance. Komm mal schnell in meinen Haushalt. Ja, ich komme. Wir haben sonst keine Chance. Schnell, schnell, schnell. Nein, komm, mach zu. Oh, das war knapp. Wie sollen wir ihn denn bitte so besiegen? Kannst du gar nicht sagen, aber ein bisschen habe ich dich angelogen. Hey, wie sollst du mich angelogen, du Lügner? Also, ich habe Waffen, aber die sind richtig gefährlich. Guck mal. Boah, und deswegen hast du mir nicht gegeben, um mich zu schützen? Genau, weil die sind richtig, richtig gefährlich. Damit kann man die ganze Stadt kaputt machen. Oh, okay, aber wir haben keine andere Chance. Wir müssen es mit diesen Waffen probieren. Wo ist damit, Tococita? Oh. Wow. Pass auf, Vitamine. Aber wo ist jetzt damit, Tococita? Sind die da? Oh mein Gott. Warte, nicht auf die Hunde schießen. Lass ihn jetzt erstmal rauskommen. Komm damit, Tococita. Ihr greift mich an. Tococita, hilf mir. Renn weg. Warte, warte. Ihr greift mich gar nicht. Doch jetzt, Aua. Die machen so viel Schaden. Die hat mir auch so viel Aua gemacht. Oh Mann, oh Mann. Schieß drauf, Vitamine. Ja, du musst auch drauf schießen. Bäm. Oh, ich habe super getroffen. Und, ja, wir müssen gut treffen. Jawohl, wieder getroffen. Böser, böser, Tococita. Tococita, komm, ich schieß auf ihn. Ja, schieß. Und, ich schieß auch drauf, Vitamine. Ich muss nachladen. Und, pju. Der hält so viel aus. Ja, das ist richtig stark. Oh, du hast ihn super getroffen. Warte, jetzt bin ich dran. Wow, Vitamine. Der ist so hoch geflogen. Der fliegt richtig, richtig hoch. Boom. Was? Wir haben es geschafft, Vitamine. Ja, endlich. Wir haben es zusammen geschafft, Vitamine. Wir sind das beste Team. Ja. Und, pju. Und, Freunde, dann würde ich sagen, wenn dir das Video gefallen hat, Like und Abo nicht vergessen und die Glocke aktivieren, um auch ein Teil der Sentex-Army zu sein. Schaut unbedingt bei meinem besten Freund Vitamine vorbei. Das würde mich auch sehr, sehr freuen. Und, dann sehen wir uns morgen bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.